Also auf der Handfläche ist okay. Habe ich auch, wenn du sie klatscht. Dann gehst du aber waschen. Aber ich rede davon, wenn du im Bett liegst, sie zum Beispiel auf deiner Wange ist und du so Backpfeife gibst und dann weiterpinnst. Das ist scheiße. Boah, das ist richtig kacke. Dir eine Backpfeife zu geben, nur weil eine Mücke auf deiner Backe landet? Das ist so Comedy-Shit. Jemanden, der leckerer riecht? Ja, das ist schwierig. Meine Katze wahrscheinlich. Und übers Gesicht schmieren. Ja, richtig schön zermatschen und dann immer... Komm, wir gehen in Anu... Hier, Wack-A-Point. Oder da, wo du bist. Ist mir egal. Wir sind beides gleich gut. Ja, dann gehen wir meinen. Geil. Und übers Gesicht schmieren, Alter, wie so Fasching. Und dann am besten noch wie Joker, so einmal im Mund so... Das könnte mein Blut sein. Geil. Ja, damit, ne, weil wir eh schon drin sind, jetzt kommen wir zur nächsten Folge. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Drückt uns die Daumen, dass das ein Chicken Dinner wird. Und nein, ihr spult jetzt nicht vor und guckt am Ende, was Platzierung ist. Aus. Pfui. Sonst verpasst ihr noch das Gewinnspiel. Tja, Promocodes irgendwo im Video versteckt. Nein, hat er nicht. Wir haben ein Team auf jeden Fall in der Nähe. Haben wir? Ja, ist auf jeden Fall weg gelandet. Toll. Hier oben auf dem Dach ist einer. Da wird die Muni nicht mitgenommen. Hier ist neben mir ist er, ne? Ist er runtergesprochen? Mist. Ich hab ne Bazooka, deswegen laue ich den grad schon so ein bisschen auf und hab ihn nicht gelootet. Ja. Hier war er doch gerade wieder. Du siehst auch Geister, oder? Drohte Menschen. Ne, ich hör den ja auch. Das ist ja kein Geist. Oh. Du warst das, ne? Das war ich. Kündige dich an. Okay. Ich bin hier. Boah, ich muss fett niesen. Ich hab ne Geisterallergie, musst du wissen. Ich bin ja gar kein Geist. Ja, das heißt der Geist ist in der Nähe. Oh Gott, stimmt. Dummkopf. Da gibt's ja noch nen Geist. Mann. Heftig. Der ist in der Bude, glaube ich. Hier ist in der Bude. Ja, der ist da drin. Ist der? Ja, hier. Happy Birthday. Hab ihn. Hä? Hier ist noch einer. Ich hör ihn. Der ist rechts von mir. Der ist Westen. Irgendwo da hinter der Mauer oder so, glaube ich. Ja. Ja, ja, hinter der Mauer. Ich hab ihn gesehen. Der Kollege krabbelt da hinter der Mauer. Ich hab den Kollegen, der gekrabbelt hat. Ich blende mal hinter der Mauer. Ich hoffe es so wagt, der war rechts an der Wand. Hä? Was? Junge. Ich hab den. Alter. Der ist ja voll kollekt. Oh, ich muss meine Nase juckt. Der ist links abgehauen. Gehe rechts rum. Sehr gut. Der hat was geworfen. Schon mal kurz. Wovor es explodiert. Oh, ja stimmt. Okay, der wollte dann was werfen. Alles klar. Alles klar. Alter, der Bastard. Ey, wirklich. Da kommt der an mit irgendwie. Ich hab den so hart den ganzen Magazin reingebrattert. Auch wenn das nicht alles getroffen hat. Aber ey. Alter. Der muss einen AP gehabt haben oder so. Genau das für deinen Geist sagen. Ist das dumm. Ja. Was sagst du? Was sagst du deiner Verteidigung haben? Ja, da kann ich eigentlich nicht wegegen sagen, oder? Also, ich bin dann wohl ein Geist. Das ist vorbei. Ja. Ich glaube, ich bin enttarnt. Du hast richtig fett meine M24 gelootet. Deine M24? Unsere. Unsere. Wir teilen hier. Unsere. Sayon. Hier ist noch ein Vierfach für dich, wenn du einen möchtest. Ich hab grad eins gefunden. Ich hab sogar ein Sechsfach gefunden. Ich glaube, ich würde das sogar übergeben, weil du die bessere Waffe hast. Oh. Nee, Digga, Herr. Wie hab ich das nur verdient? Was ist gebratert, Stefan? Ja, wir haben den gebratert, Jungs. Ja. Ist das so ein Insider, den ich wieder nicht kenne, weil ich einfach ein Boomer bin? Mhm. Ich hab da so ein Neuschöpfer. Deine Freunde machen sich immer so ein bisschen über mich lustig. Alter, du bist echt Boomer, da kennst du das nicht. Weil neulich, ich hab ja bei Gronkh zugeguckt. Also nicht zugeguckt, sondern hier die Livestreams. Ja. Halt auf YouTube hochgeladen. Und da ging's irgendwie über ApoRed. Und ich glaube, Resort hat da zum Video gemacht, weil Insolvenz und so. Und irgendwas war da von wegen Thema rückwärts die Namen lesen. Und da war einfach ApoRed und da stand der Opa. Und ich fand das auch so witzig. Ja, wow. Das ist übel old, der Joke. Ah, Boomer. Sag ich doch. Ah, ich hab mich versprochen mitgebratert. Jawohl. Übrigens, ne kurze Twitch 1x1, ne? Wenn irgendwie was ist oder irgendwas passiert, ihr könnt klippen. Und dann kann man die Clips speichern und teilen. Wir haben einen Notfall. Was denn? Ich muss dringend Popo machen. Ah, danke Daniel für 100 Bits. Daniel, Digga! Was geht mit dem Dude ab? Ja, die Waifus haben ein bisschen was übrig gelassen an dem Trinkgeld. Ach, wenn du wüsstest. Ich wüsste. Boah, der Junge hat 1 Euro gespendet. Oder 1,20 oder so. Boah, Rich Kid, Digga. Oh, danke. Ne, was wir jetzt machen müssen, ganz schnell ein Auto finden. Ich setze mich rein, gehe richtig schnell, so richtig mit Hass rein. Aufs Klo und dann komme ich zurück. Mit Lichtgeschwindigkeit, okay? Ja, gucken wir mal. Weil es wird echt brenzlig. Es wird sehr brenzlig. Ja, stimmt. Wir sind außerhalb der Zone auch. Ich halt nicht lange durch. Das ist jetzt, äh, Name explodiert in 5 Minuten. Ja, da ist da vorne irgendwas. Ja, da hinten ist ein Auto. Schaffst du das bis dahin? Ja, das schaffe ich. Ähm. Ja, zurück. Wie? Oh nein. Da steht mitten im Dorf 1. Fahre einfach in die, fahre einfach safe irgendwo rein. Am besten in... In die Gegner, ne? Ja. Ja, fahr die um. Ich bin eh Kanonenfutter. Das ist okay. Stimmt, du kriegst ja eh immer die ersten Schüsse ab. Boah, Klauber, ich muss so dringend so. Also, Leute, ne? Dann bin ich mal kurz, äh, AFG. Ich halbe Lichtgeschwächer, komm ich wieder. Alright. So, Leute. Dann fahren wir mal über die Brücke und dann da rüber, oder? Was solltet ihr da fahren? Find ich gut. Lass das mal machen. Nächste rechts. Gerichts. Ah, die Wache. Ne? Wup. Wup. Alles saved. Gar kein Problem. Du brauchst schon ein Navi. So, wir increase. Daniel, ähm, by the way. Hättest du ein Bit mehr gemacht, einen, dann wärst du Platz 1 gewesen. Einen Bit. Hatta eine Chance. Ich glaube, man kann eine individuelle Anzahl machen. Man ist da nicht limitiert auf irgendwie 10er-Schritte oder so. Ich glaube, man kann auch 1er-Schritte machen. Ja, der Strallermann freut sich. Platz 1 Behälter. Und Daniel, was hältst du eigentlich davon, dass wir vielleicht mal hier Leafy Company im Stream spielen? Wärst du dabei? Jetzt, wo du auch YouTube machst? Eigentlich schon, oder? Ich sollte vielleicht mal aufhören, mit Shift zu fahren. Aber ich gebe mir auch der Sprit raus. Ich guck hier rechts und der guckt mich einfach an. Ich hab einen kleinen halben Jumpscare gerade gekriegt. Ich hab schon vergessen, dass die man ja auch noch im Game ist. Auf einmal, boop. Boah, guck mal, das war smooth. Da gibt es Style-Punkte für. Ja, Daniel ist jetzt YouTuber. Oder er geht unter den YouTube. Ja, komm, 100 Bits. Dankeschön, Daniel. Und ich bin... Bitte nicht auf... Bitte nicht. Bitte drehen. Bitte drehen. Jawoll. Sehr gut. Da hat sich Daniel den First Place abgeholt und ist jetzt Top-Cheerer. Oh, nee. Kampfhabe ich keinen Bock. Oh, nee. Kampfhabe ich keinen Bock. Oh, nee. Kampfhabe ich keinen Bock. Oh, fuck. Da kommst du gerade mal mit dem 101. Und es klappt. Dankeschön. Oh, nein. Dreh, 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 dreh. Jawoll. Als ob jetzt für die Scheiße ein Hypetrain kommt, ey. Ich kotze ab. Wirklich, das ist unfassbar. Letztes Mal kam der auch einfach out of nowhere, weil er einfach eine Person gesuppt hat. So, wegen einem Sub kann man einfach einen Hypetrain. Und jetzt kommt er wegen 200 Bits. Oder 300. Ist das wild. Ist das wild. Tja, überboten. Dann machst du nix. Das ist so ein Sellout gerade, ne? Das ist unfassbar. Einfach reingebatet habe ich da und dann fließt alles. So harter Bait. Also die können langsam mal runterkommen vom Pott, ne? Ich hab halt die Insel dreimal umrundet. Ja, typisch. Ich bete halt gern, ne? Papa muss ja auch irgendwie die Buddha aus Brot bekommen. Siehste, da kommt Daniel mit den 100. Leider hat Daniel nicht gerechnet. Hätte er nämlich gerechnet. Dann hätte er gesehen, dass, äh, der Strahlemann einen Bit mehr gemacht hat. Und deswegen ist er noch einen entfernt. Tja, ein guter, netter Versuch, aber ist leider fehlgeschlagen. Der bleibt weiter Platz eins. Du musst mal denken. Der hat 101 donatet. Wenn du 100 donatest, dann kannst du ihn nicht einholen. Oh, boy. Huch. Ja, ne? Also wir sind in einer kleinen Zone. Ich fahr bis jetzt immer noch weiter rum. Keine Gegner in Sicht, ne? Läuft gut hier, ne? Ich meine, so, das ist die Classic-Streaming-Erfahrung, ne? Du zockst irgendwas, es passiert nichts und die Leute geben Geld. Ach Gott, fuck. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Dima, komm zurück! Dima, komm zurück! Schnell! Dima! Dima! Der sinkt auf den Boden. Der hat den Grund. Nein, Dima! Oh nein, der trinkt! Dima! Komm runter vom Pot, Mensch! Oh, fuck, Mann. Oh nein. Ja, rip. Schwimmt er damit automatisch hoch? Nee. Oh nein. Oh, jetzt ist er da. Jetzt ist doch nicht dein Herz. Oh, scheiße, Mann. Ja, I guess, der geht auf mich. Ja, ich wollte auch gerade eben saven, aber es hat nicht funktioniert, ich bin nochmal wieder weg. Okay, danke. Kommt Daniel her, gesprintet, um mich da rauszuholen. Das ist krass, was hier passiert. Das ist krass. Ja, also ich weiß nicht, ob das gleich eine Tötung ist. Also ich finde, das ist, äh, das war ein Unfall, ja. Also da, eigentlich, also, das war auf jeden Fall nicht vorsätzlich. Ich finde, da, da muss man schon unterscheiden. Scheiße. Aber warum muss der auch einfach 15 Minuten kacken gehen? Was soll denn das? Der hat gesagt, der macht schnell. Ja, schnell sieht bei einem so aus, dass er immer noch ewig braucht. Da steht ein Auto. Ich sehe aber niemanden. Na, guck mal an. Da ist ja wer. Na, aber da können wir stehen, da. Können wir stehen, ne? Zeig mal ein Köpfchen. Scheiße. Ja, fuck. Die sind da angehalten und dann bis zum, äh, bis zur Hütte gelaufen, oder? Ja, ich glaube, der hat mich gesehen. Ich bin noch in der Zone und da kommen ein Auto. Ich hab noch, ich hab mich auch. Der hat mich nicht gesehen. Ja, die fahren weiter. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, der ist. Oh nein, der hat ihn gerade wiederbelebt. Oh nein. Ja, ich hab auch die mal eingepennt. Hallo. Ah ja, moin, die mal. Äh, nix passiert. Da kam ein Gegner und der, ähm, ja, der hat sich halt aus dem Auto geschossen. Da konnte ich nichts tun. Ey. Wieso musste ich heute so scheiße essen? Stimmt. Äh, äh, dein Essen war schuld. Ne, ohne Scheiß. Das ist ein Normaler. Also gehst du rein, plumpst und dann bist du draußen. Aber bei mir war... Ach ja, ne. Jetzt sehe ich nicht. Aber es war... War heftig. Strahle, man schreibt, du hast die mal getötet. Ja, nein. Er loopt. Seidrich. Was? Was machst du? Also... Ich, ich, äh, kill war dort. Ich glaub dir nicht. Nicht? Ne, du hast es mir nebenbei gesagt. Kein Clip, kein Beweis. Normalerweise rechtfertigst du dich so heftig. Nö, also ich hab nicht mehr zu sagen. Ich war's nicht und das ist mehr Beweis genug, ne? Ja, gut, ich hab einfach einen Panzerwagen da. Ah! Was ist das denn für ein crazy Dude? Naja. Ihr müsst mal, ihr müsst mal anfangen, das zu clippen, ey. Really. Das ist, äh... Ne? Ich sag das auch nicht immer, weil das ist mega unangenehm, wenn man das sagt. Aber man muss ja auch mal hier so ein bisschen... Ach, der ist schon toll. Man muss ja auch so ein bisschen die Leute anlernen, ne? Weil, kann man ja nicht unbedingt nicht alle gucken, wenn man ganz die Twitch. Das ist ein bisschen was. Oh, auf jeden Fall. Hm? Ich wär früher wiedergekommen, dann dachte ich mir nebenbei nicht hin. Komm her. Ich glaube, das ist ein Maulwurf. Ne, ne, ne. Das ist ein netter Spieler. Das ist ein ASMR. Das ist ein ASMR. Mann. Schleicht der jetzt hier rum, oder was? Jetzt. Diese Terraria-S. Oh, mein Gott. Oh, crazy. Weißt du, genau dann... Ey, kannst du eine Kuh nachdenken, kurz? Jetzt. Apeln. Ich bin gerade hart... ...in der Sauna. Mann, Cola. Wie reicht mir das, ne? Jetzt werde ich gesniped. Ich seh schon. Ey, Leute, wenn ihr eine Blende wirft, dann müsst ihr aber auch gucken, ne? Sonst macht das nicht viel Sinn. Ich hab keine Granaten mehr. Mann, ey. Ich bin hier so am Sack, Mann. Das ist... Ich hab mich vor den Stein gestellt. Sind die das? Ja, die sind das. Ne, sind sie nicht. Fuck, das ist nicht mehr genug. Nein! Fuck, Mann, das war knapp. Ja, was ich erzählen wollte... Ja, was war... Ich wär früher wiedergekommen. Ja, ja? Ich wär früher wiedergekommen, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt wiederkomme, dann muss ich nochmal laufen. Deswegen hab ich voll durchgezogen. Ja... Nur mal so nebenbei. Ja, war unlucky. Konnte ich nichts für deinen Tod. Also... Ja. Das war halb gelogen. Also, ich war unlucky, aber ich bin dann mit dem Auto um die... Ich werd's ja. Von der Klippe und dann müsste er soffen. Ich werd's ja auf YouTube sehen. Ja. Aber Daniel ist heldenhaft zu dir hingesprintet. Nur leider mit so einer Ping von 3000, sodass er erst noch irgendwie... ...nach Ewigkeiten gekommen ist, als du schon am Soffen warst. Der letzte Tick und dann kam er. Also, nett gemeint, aber hat eigentlich gar nicht gereicht. Oh, Mann, ey. Ja. Und ich hab richtig viel Bits gebaitet, während du weg warst. Gebaitet? Gebaitet, ja. Ja, Daniel hat Bits gepackt und hat Strahlermann im Air First Place abgeholt. Abgelöst und dann Stadion nachgelegt und dann hab ich gesagt, dann willst du das nicht... Also, willst du nicht Platz 1 und so? Und dann hat er halt mal wieder abgeschossen, ne? Hm. Ja. Und aktuell ist tatsächlich Daniel auf Platz 1. Hetzigen Glückwunsch. Soll ich ihn überholen? So als großer Bruder. Willst du dich auch noch reinmischen in den Beef? Okay. Jetzt kommst du, ich mach nur so eins und so ein Dot. Tschüssi, Stefan. Auf Wiedersehen, Stefan. Ach ja, und tschüss an alle auf YouTube, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Da ist gleich ein Abo da. Nein, nicht vergessen. Da ist noch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.